Wir Bewohner der Waldsiedlung haben uns überlegt, wie wir uns einbringen können in die Jubiläumfeier. Feste Veranstaltungen können wir seit Jahrzehnten. Es gab eine Tischreservierung, die wir im Vorfeld angekündigt haben. Für die Heißgetränke haben wir gesorgt, anhaltende Bier, trinkende Grillwurst, essen und auch die, die jetzt zum Frühstück da waren, jetzt mal dazu übergehen, sich ein Bier zu holen oder vielleicht einen Upper Old Spritz.